Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 4. Oktober. Heute dabei N26, Twitter, Google Assistant, Facebook, Garmin und Spotify. Beginnen tun wir heute mit Twitter, denn da gibt es ein neues iOS-Update für die Twitter-App und da sind diverse neue Features drin, unter anderem der Data-Saver-Mode. Wenn ihr den aktiviert, dann werden Videos nicht automatisch abgespielt und Bilder werden erstmal in niedriger Auflösung heruntergeladen und damit spart ihr Daten. Schöne Sache, ein paar Leute hatten das schon, weil es in der Testphase war, aber jetzt ist es für alle verfügbar. Nächstes Thema, der Google Assistant. Der ist eigentlich ein Sprachassistent, wird aber trotz allem in der App von ganz vielen Leuten auch so bedient und der wurde jetzt aufgebohrt und bekommt nun mehr Bilder und größere Bilder. Es soll einfach visueller werden, ganz einfach. Es gibt neue Elemente, zum Beispiel wenn ihr den Google Assistant für euer Smart Home benutzt, dann werden da entsprechende Bedienelemente, Schieberegler zum Anpassen von der Helligkeit von der Lampe zum Beispiel angezeigt und diverse andere Ergänzungen, Erweiterungen, damit es einfach optisch schöner zu bedienen ist. Und wenn ihr den Google Assistant benutzt, dann schaut doch mal, ob ihr schon das Update drin habt und ob die entsprechenden Dienste das auch nutzen. Nächstes Thema, Facebook. Die haben ja den Dienstfreunde in meiner Nähe. Den kennen, glaube ich, die wenigsten. Das ist so eine Art, wie damals auch Foursquare wollte schon, dass man einfach über ein soziales Netzwerk erkennt, wo treiben sich gerade meine Freunde rum und dann kann man sich eventuell in einer Bar treffen. So als Beispiel oder in einem Café. So richtig hat das ja nie so funktioniert. Es gibt ja alle möglichen Varianten davon. Apple hat ja auch hier die Freunde-App. In Google Maps gibt es sowas und der weiß der Teufel. Naja, Facebook hat halt Freunde in der Nähe, die kaum einer, wie gesagt, kennt oder aktiviert hat und die möchten die jetzt aufbohren. Tja, und wie möchten die die aufbohren? So ein bisschen wie die Snap-Map von Snapchat. Sprich, Freunde werden gruppiert in so einer Bubble auf einer Karte angezeigt und ja, dann sieht man halt, wo was los ist. Ob das jetzt wirklich die Leute so wollen, steht mal auf einem anderen Blatt, aber das ist jetzt auf jeden Fall in der Testphase und ich bin gespannt, ob das angenommen wird. Bleiben wir gleich mal beim Thema Facebook. Die haben jetzt noch was anderes gemacht. Die haben nämlich die Kündigungsverweildauer, wie man es nennen will. Also wenn ich mein Facebook-Konto kündige, dann war das bislang 14 Tage nochmal rückgängig zu machen. Das Konto war eigentlich erstmal in Anführungsstrichen weg, aber nicht komplett weg, weg. So, 14 Tage hatte ich Zeit und diese Zeitspanne ist jetzt von 14 Tagen auf 30 Tage gesetzt worden. Facebook hat gesagt, 14 Tage haben anscheinend nicht gereicht. Viele Leute auch nach dem Datenskandal haben dann irgendwie direkt ihr Konto gelöscht und nach zwei Wochen kamen sie wieder, beziehungsweise kurz nach zwei Wochen, wollten ihr Konto wieder aktivieren und dann war es weg. So, jetzt bleibt es also nochmal 30 Tage in der Warteschleife und so lange könnt ihr es noch reaktivieren. Ganz einfach. Nächstes Thema, Garmin. Die haben ja diverse Smartwatches für den Fitnessbereich und die kamen bislang sogar mit Musikdiensten, aber mit den eher, wie soll man sagen, unpopulären, eben nicht mit Spotify. So, und jetzt gibt es endlich ein Update, das ausgerollt wird an diverse Smartwatches aus der Garmin-Reihe, was nun endlich Spotify auf die Garmin-Smartwatches bringt und auch mit einem Offline-Modus, sprich, die Musik kann runtergeladen werden auf die Uhr und dann kann man ins Fitnessstudio gehen, laufen und sich seine Spotify-Tracks anhören. Schöne Sache, finde ich gut. Bin ja selber großer Spotify-Kunde. Letztes Thema für heute, N26. Die kommen jetzt endlich nach Großbritannien. Sind da auch eine richtige volle Bank mit kompletter Lizenz, sprich, die Kunden in Großbritannien haben entsprechend ein Konto mit einer eigenen IBAN-Nummer und können das ganz normal nutzen, wie wir zum Beispiel auch in Deutschland. Das stand noch lange aus. Wie gesagt, ist jetzt gestartet und es gibt auch eine Waiting-List, also eine Warteliste und 50.000 Leute haben schon Interesse angemeldet und werden jetzt nacheinander abgearbeitet. Insgesamt hat N26 in der kompletten Euro-Zone schon über 1,5 Millionen Customer, also stolze Zahl. Aber es gibt natürlich auch diverse Konkurrenten, nicht zuletzt Revolut, was ich ja persönlich bevorzuge. Ja, das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Donnerstag. Vielleicht habt ihr ja freigenommen wegen einem Feiertag in Deutschland, in Österreich und der Schweiz kein Feiertag. Dann habt ihr einen ganz normalen Tag gestern gehabt und wahrscheinlich auch einen ganz normalen Donnerstag. Und vielleicht hören wir uns morgen zum Ende der Woche dann wieder. Ich würde mich freuen. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.